Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Games Insider. Wir werten heute unsere Hörerumfrage aus, die im März 2021 stattgefunden hat. Ich bin der Benedikt und begrüße wie immer den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. Uhu. Hi Leute. Und ja, Hörerumfrage, Auswertung. Eine Folge, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, weil da ist so viel Interessantes bei rausgekommen, dass wir auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt loslegen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben im März 2021 für etwa drei Wochen eine Hörerumfrage laufen lassen. Und ich erzähle mal ganz kurz, was da so ein bisschen basicmäßig bei rumgekommen ist. Also es haben insgesamt 92 Hörer mitgemacht. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel. Ist es eigentlich auch gar nicht. Also ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft. Aber es ist auch nicht so wenig. Man muss das mal so einordnen. Bei uns ist es so, wenn wir eine Folge veröffentlichen im offenen Feed, wird die meistens so in den ersten zwei, drei Tagen von tausend Hörerinnen und Hörern runtergeladen, beziehungsweise gestreamt. Und bei knapp 100 Leuten, die jetzt da mitgemacht haben, kann man etwa von einem Zehntel sprechen. Also von einem ganz harten Kern haben immerhin ein Zehntel mitgemacht. Das ist okay. Ist für die allererste Hörerumfrage, glaube ich, ganz ordentlich. Und man muss dazu auch sagen, dass die relativ ausführlich war. Die ging jetzt über mehrere Seiten. Das war ja so ein Google-Dokument. Und vielleicht hat das auch den einen oder anderen abgeschreckt. Aber wir wollten halt, wenn wir das machen, das dann auch richtig machen. Und es beweist meiner Meinung nach auch so ein bisschen, Podcasten halt eher ein passives Medium. Da haben die Leute halt nicht mehr Lust, sich da groß einzubringen. Ist auch okay. Wir hatten auch kein Gewinnspiel, darf man auch nicht vergessen. Wir haben früher bei 360 Live immer Gewinnspiele gemacht. Genau, ja. Und da konnten wir uns Vereinsendungen gar nicht mehr retten am Ende. Hätten wir vielleicht machen sollen, ja. Hier ein ganzes Gewinnspiel, ein Treffen mit Andy und mit Andy in seiner Spielesammlung. Ja, zu Corona-Zeiten eine sehr gute Idee. Eine PS5-Gewinn oder so. Ja, zum Beispiel. Ja, aber haben wir nicht gemacht. Aber trotzdem, die Resonanz war da und vor allem war sie sehr interessant. Also ich kann nur eins sagen, was mir auch klar geworden ist, man kann es halt nie jedem recht machen. Das wird auch im Laufe dieser Umfrage rauskommen. Aber ich glaube, wir machen auch nicht so viel verkehrt. Aber ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. So, wir haben hier die Umfrage in zwei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block ging erstmal so um die Hörer selbst, dass die sich so ein bisschen vorstellen konnten und Infos über sich ausfüllen konnten. Und der zweite Block geht dann über den Podcast. Und wir haben gesagt, wir tragen das hier immer abwechselnd vor. Wir fangen jetzt einfach mal an. Also der Block unsere Hörerinnen und Hörer. Die erste Frage war, wie alt bist du? Und da kam raus, das Durchschnittsalter unserer Hörer, zumindest in dieser Umfrage, liegt bei etwa 38,83 Jahren. Die ältesten Umfrageteilnehmer sind 49 Jahre alt. Das waren genau zwei Leute. Und der jüngste ist 20. Jo, trifft ja etwa so unser Alter. Oder? Wir liegen zumindest dazwischen. Ja, wir sind ja auch nur ganz knapp über 40, wenn überhaupt. Ja, nächster Punkt. Ja, der nächste Punkt, da hieß die Frage, seit wann hörst du Games Insider? Und das wurde auch von allen vollständig beantwortet. Und letztendlich das Ergebnis ist, dass die meisten Leute eigentlich schon mindestens ein Jahr dabei sind. Viele sogar schon auch seit der ersten Folge. Und es gibt aber auch irgendwie so ein paar verrückte Antworten. Also hier schreibt einer zum Beispiel, eigentlich war in den Folgetiteln noch nicht so der mega interessante Beitrag dabei, also noch nichts gehört. Derjenige hat scheinbar nichts gehört. Ist das dann ein tauber Zuhörer oder? Man kennt ja stille Leser und sowas, aber... Ja, interessant auch, dass er dann trotzdem mitgemacht hat. Wobei ich sehe, Benedikt, du hast ja da keine vorgegebenen Antworten gehabt. Das heißt also, jeder konnte das ja ausfüllen, wie er wollte, so wie ich das hier richtig sehe. Ganz genau, ja. Nee, das konntest du frei eingeben. Da gab es halt dann wirklich alles. Since Day One, seit Ende 2019, mehr oder weniger von Anfang an. Das war einfach mal so, um so einen Eindruck zu kriegen. Aber wie gesagt, die meisten hören doch schon relativ lange. Also zumindest von denen, die jetzt bei der Umfrage mitgemacht haben. Man muss ja immer davon ausgehen, es ist etwa nur ein Zehntel unserer Stammhörerschaft, die jetzt da wirklich mitgemacht haben. Gut, nächster Punkt. Ja, der nächste Punkt ist, wie bist du auf Games Insider aufmerksam geworden? Ich habe hier ein kleines Kreisdiagramm. Ein Großteil, 46,7 Prozent, sind durch einen anderen Podcast auf uns aufmerksam geworden. Also durch eine Erwähnung oder durch einen Gastauftritt von einem von uns. 25 Prozent über Social Media, 16,3 Prozent, ich bin zufällig auf euch gestoßen. Ich kann mal wissen, was zufällig ist, aber okay. Und immerhin noch 4,3 Prozent Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und danach wird es ziemlich zerfasert. Ein paar haben sogar gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ein paar haben gesagt, durch Olaf bei Headlock. Aber der Großteil ist wirklich halt durch Erwähnung im anderen Podcast und durch Social Media. Ja, das fand ich sehr interessant. Also wir sind ja schon bei diversen anderen Podcasts aufgetreten. Sönke, du warst schon bei Games Aktuell, glaube ich, im Podcast. PC Games, Games Aktuell, da war ich. Und dann halt bei dem Portal von Jörg Langer, der Gamers Global. Da war ich auch schon mal bei denen in der Sendung. Genau. Gut, ich hatte ja früher das Games und so gemacht, wobei das ja so ein bisschen leider eingeschlafen ist. Kann sein, dass da sicherlich der ein oder andere dann nochmal hier rübergekommen ist. Bestimmt sogar, klar. Ich war ja bei den Spiele-Veteranen zu Besuch und beim Dom Schott bei OK Cool. Andy war, glaube ich, beim Retro-Kompott, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Also man sieht, das hat auf jeden Fall wohl einige Leute zu uns gebracht. Und das sollte uns bestärken, das in Zukunft vielleicht öfter zu tun. Wobei man muss ja mal gucken, wer das zeitlich auf die Reihe kriegt. Aber wir sind da ja nicht abgeneigt. Also Gastauftritte machen immer Spaß und auch so Crossover-Geschichten, wie wir es mit den Spiele-Veteranen gemacht haben. Wir gehen überall hin. Wir gehen überall hin und wir sind für alles zu haben, solange es Geld gibt. Quatsch. Dann nimmst du aber jetzt schon einen Kritikpunkt vorweg. Ja, ja. Das war jetzt hier ein bisschen selbst auf die Schirme nehmen, weil da sprechen wir später noch drüber. Genau. Aber hier wichtiger Punkt, Social Media, 25% immerhin. Das zeigt, dass das, was ich so da bei Twitter und Facebook und Instagram und so treibe, gar nicht so ungesehen ist. Das beruhigt mich ja irgendwie, weil man denkt ja manchmal, wer guckt sich denn da diese ganzen Storys auf Instagram an? Und anscheinend machen es ein paar Leute, ne? So, nächster Punkt. Wer von uns war dir vorher schon bekannt? Etwa als Redakteur, Schrägstrich Autor eines Spiele-Magazins, Schrägstrich Webseite oder als Podcaster? Mehr Fachantwort möglich. Da haben 40,2% jeweils den Sönke und mich genannt. Und das waren jeweils 37 Stimmen. 17,4%, das waren 16 Stimmen, haben den Olaf genannt. Und 5,4%, 5 Stimmen, den Andy. Und auch relativ viele kannten überhaupt keinen von uns. Das waren nämlich 39,1%, 36 Stimmen. Ja, aber das heißt zumindest, das, was Sönke auch eben schon sagte, einige kannten uns auf jeden Fall schon, sei es jetzt von Games & So oder von der Videogames oder von anderen Magazinen, für die wir geschrieben haben, bei denen wir angestellt waren. Andy muss noch so ein bisschen an seinen Popularitätswerten arbeiten. Oder? Offenkundig, oder? Ich meine, ich bin fast genauso lang in der Industrie wie ihr und, naja, prozentual sieht das nicht so gut für mich aus. Hast halt die große Printzeit am Ende noch verpasst, ne? Wird schon noch. Genau, wir arbeiten ja dran, ne? Sobald wir den eigenen Stand auf der Corona-freien Gamescom haben, dann mach mal richtig Remmi-Demmi. Dann renn die dir die Hütte ein, Andy. Mhm. Genau. Oder halt, wie gesagt, Gewinnspiel zu Andy, Spiele-Sammlung, dann geht's ab. Ha, 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 ha. Ja, haben wir gesagt, die Folge wird heute bestimmt lustig. Ich hab da so mal eine Befürchtung, die wird noch richtig lustig. Die wirklich coolen Sachen, die kommen erst noch. Genau. Was ist der nächste Punkt? Wer ist dran? Sönke? Ja, der nächste Punkt ist die Frage, welche anderen Spiele-Podcasts hörst du noch? Dort waren mehrfach Antworten möglich. Und ich glaube, die Tabelle oder die Auswertung zeigt eigentlich ganz klar, zum einen, dass die Leute eigentlich fast gar keine Podcasts von anderen Spiele-Magazinen hören. Also die, die uns hören und die Umfrage ausgefüllt haben. Also zum Beispiel der GameStar-Podcast, der ist hier mit einer einzigen Nennung drin. Der Gamers Global-Podcast ist hier mit einer einzigen Nennung drin. Der Games-Aktuell-Podcast ist mit einer einzigen Nennung drin. Und so weiter. Also das ist sehr unterrepräsentiert, was sehr, sehr stark ist oder sogar auf Platz 1 ist Stay Forever. Also es waren immerhin 71 Leute, die von 92, die da gesagt haben, dass sie das auch hören. Und dann kommt mit 63 Personen direkt im Anschluss dann Spiele-Veteranen und auf ein Bier. Also das ist so die Top-3-Rangfolge. Und dann kommt OK Cool und Insert Moin und dann Game Not Over. Also das sind so die Spitzenreiter von den Sachen, die die Leute auch noch hören. Und die Nerd-Welten, bitte nicht vergessen. Immerhin auch noch über 20 Prozent. Ja, genau. Und was natürlich schön ist, man sieht, glaube ich, ganz gut an dieser Grafik, dass eben sehr viele Leute auch einfach scheinbar mehrere Podcasts parallel hören. Ja, so würde ich das hier deuten, dass da diverse Überschneidungen in diesen vor allem Top-6-Positionen, dass es die da gibt. Und das spricht natürlich für die Podcast-Erfahrung unserer Zuhörer, sagen wir mal so. Ist aber auch ein Hinweis darauf, dass halt die Leute, die bei so einer Umfrage mitmachen, halt wirklich so die Hardcore-Hörer sind. Das sind dann wahrscheinlich auch die, die wirklich querbeet gern hören. Und wie gesagt, 77,2 Prozent hören Stay Forever. Ist ja auch ein toller Podcast. Das spricht dann aber auch für unsere Hörer, muss ich sagen. Also die haben Geschmack, die hören gute Podcasts. Das macht mich ein wenig stolz jetzt, dass ihr dann auch uns hören. Toll, tolle Hörer. Ihr seid super. Auf jeden Fall. Ja, dann... Next one. Die nächste Frage hängt sehr mit der Frage zuvor zusammen. Wie viele Podcasts, also nicht nur Spiele-Podcasts, unterstützt du via Patreon oder Steady? Und da gab es als Antwortmöglichkeiten keinen 1, 2 oder 3 und mehrere. Und das ist überraschend ausgeglichen, finde ich. 26,1 Prozent keinen, 21,7 Prozent einen, 90,6 Prozent zwei und 32,6 Prozent drei oder sogar mehr. Also das Kreisdiagramm, das ist fast geviertelt. Und was mich hier am meisten überrascht, dass drei Viertel der Leute, die jetzt hier mitgemacht haben bei dieser Umfrage, unterstützen via Patreon oder Steady einen Podcast. Das hört sich für mich jetzt erstmal sehr viel an. Ja. Ist auch toll von den Leuten vor allem, dass sie halt wirklich so diese Leidenschaft haben. Total, super. Sonst wird es die Sendung ja oft gar nicht geben. Also ich glaube, dieses Klientel nicht gäbe, dann können einige dicht machen, ja. Und ich denke mal, das zeigt halt vor allem, dass eben die Leute, die solche Podcasts eben auf diese Art und Weise unterstützen, dass die halt auch bei solchen Umfragen mitmachen. Genau, ist ja meine These. Wie gesagt, das ist hier wirklich so die Hardcore-Hörerschaft und die sind dann auch bereit, sich die Zeit zu nehmen. Weil diese Umfrage, die hat ja schon Zeit gekostet. Auch für uns, die zu erstellen, aber halt auch vor allem, die auszufüllen. Gut, Patreon Steady wird später noch ein Thema sein. Überhaupt wollen wir dann da auch noch was zu sagen. Jetzt geht es erstmal weiter. Was ist für dich die ideale Podcast-Länge, Klammern in Minuten, haben wir gefragt. Gut, das war etwas schwammig formuliert, aber das habe ich auch bewusst gemacht, weil da gab es auch allerlei Antworten, konnte man auch frei eingeben. Aber man muss sagen, dass die Mehrzahl, und zwar rund 40 Prozent, haben gesagt, 90 Minuten sind für sie die ideale Länge. Und es gibt aber auch einige Ausreißer nach unten. Öfter wurde auch genannt 30 bis 60 Minuten. Es gab auch einige Ausreißer nach oben. So haben immerhin 7,6 Prozent gesagt, für mich ist 120 Minuten optimal. Und dann gab es aber auch, wie gesagt, ganz quer durch die Bank zum Beispiel Antworten wie, es gibt keine ideale Podcast-Länge oder völlig egal, kommt aufs Thema an und so weiter. Also manchen Leuten ist das gar nicht so wichtig, wie lange der Podcast ist, sondern er muss einfach gut sein, er muss spannend sein, er muss fesseln. Und ja, aber da bin ich auch ein bisschen stolz. Unsere regulären Folgen sind ja meistens so in letzter Zeit um die 90 Minuten lang. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Und ich glaube, wir treffen da schon ganz gut so die Wohlfühllänge, würde ich sagen, oder? Ja, und es spricht ja auch dafür, dass du dann ab und zu wirklich sagst, dann okay Leute, jetzt mal weiter, weil sonst, ich glaube in der Drei-Stunden-Folge, das kann dann schon mal ermüdend werden. Hatten wir ja auch schon. In der Kürze liegt die Würze. Ja, ja, wir hatten ja drei Stunden schon. Hatten wir schon, ja, genau. Am Anfang haben wir da schon öfter dran gekratzt, als wir noch einmal im Monat erschienen sind mit den regulären Folgen. Aber man lernt ja auch dazu, man lernt ja auch so die Hörer ein bisschen kennen und kriegt ja auch Feedback und so. Und deswegen, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und werden das bei den regulären Folgen zumindest auch so beibehalten. Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass das Thema so spannend ist oder der Gast oder irgendwie eine coole Runde oder so, wie die Videogames-Folge neulich, die Folge 20, ne? Die war einfach so spannend, da sagst du halt nicht nach 90 Minuten, so, Leute, jetzt geht ihr nach Hause. Wir sind fertig, da willst du halt auch weitersprechen. Das kannst du nicht bringen, gell? Deswegen, aber es ist ein ganz guter Richtwert und ja. Ja, die nächste Frage war dann, auf welchem Kanal hörst du eigentlich Games Insider? Auch da waren wieder mehrfach Antworten möglich. Und dort ist es so, dass sehr viele Leute Podcatcher-Apps verschiedener Art verwenden. Hier wird unter anderem angezeigt jetzt Castro, Overwatch. Genau, also das ist so dieser eine große Block, diese Podcatcher-Apps, welche auch immer man dann eben nun bevorzugt. Und das sind immerhin von 90 Antworten 45, also knapp die Hälfte nutzt das. Und dann kommt aber auch sehr viel über Apple Podcasts rein. Das sind ungefähr ein Drittel. Und dann noch über Spotify und Google Podcasts und auch bei uns auf der Webseite. Das sind auch nochmal drei wichtige Kanäle. Die anderen Sachen halten sich eher in Grenzen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, so die Podcatcher und halt iTunes, glaube ich, das sind so die wichtigen Kanäle. Und da wir da auch überall sind, findet man uns ja auch Gott sei Dank überall. Wobei ich sagen muss, das bezieht sich jetzt auf die Umfrageteilnehmer. Wenn ich in unseren internen Statistiken schaue, da ist zum Beispiel Spotify sehr weit vorne, was in der Umfrage jetzt gar nicht so zum Tragen kam. Aber gut. So, das war jetzt mal so der Blog über die Hörer. Und jetzt kommen wir zu dem Blog über den Podcast selbst. Und das ist der Blog, auf den ich mich schon am meisten freue, weil der ist auch am spannendsten, glaube ich. Da war nämlich die erste Frage, was gefällt dir an Games Insider am besten? Ja, und da gab es echt viele spannende Sachen. Vielleicht kann jeder einfach mal so ein bisschen was beim Durchscrollen sagen. Ich lese einfach mal so ein paar vor. Dann kann der Sönke mal was vorlesen. Dann der Andy. Erstmal ganz wichtig, was sehr, sehr oft genannt wurde, war unser Bonusformat Making Max. Das kam sehr oft vor. Was auch oft genannt wurde, war so Themen, Insider-Geschichten aus dem Spielejournalismus, aus der Spielebranche und so Geschichten. Und ich lese auch mal ein paar Sachen vor, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel ausgewogene Mischung, Insider-Infos aus dem Nähkästchen, Auswahl der Themen, Benedikts Art und Gesprächsführung. Dankeschön. Oder Andys tolles Wissen und seine Faszination für Spiele. Oder, muss gerade mal schauen, ich hatte doch noch irgendwas da unten. Euer Fachwissen, sehr angenehme Stimmen. Kompetente Recherche ist vielleicht auch noch wichtig. Das ist ja was, wo man halt viel Zeit reinsteckt. Diese Recherche ist ja was, ja, ohne die könnte man, glaube ich, auch gar keine gute Sendung machen, weil man dann einfach nur so drauf los erzählt. Genau, eins habe ich noch hier. Branchenblick, journalistische Erfahrung, Gasteinspieler, Formate Making Max und Testcheck, Bennes, Herzblut, Vision des Industry-Insider-Formats. Auch ein schöner Beitrag. Aber sagt doch mal ihr, was euch noch so aufgefallen ist oder was euch zusagt hier an den Aussagen. Ja, ich finde ja natürlich die Nennung des Industry-Insiders, das finde ich natürlich interessant, dass es da wohl Nachfrage gibt. Und ich glaube, auch wenn die Messesituation, die Eventsituation sich wieder verbessert, dann hat man natürlich umso mehr Möglichkeiten mit diesen Leuten auch noch mal direkter und auch nicht nur über irgendwelche kurzen. Also ich hatte zum Beispiel gestern ein Presse-Event zu einem neuen Spiel und da hat halt jeder zehn Minuten die Möglichkeit gehabt, kurz mit den Entwicklern zu reden und die sind natürlich so schnell vorbei. Da kann man natürlich keine Insider-Geschichte dann in dem Sinne draus machen. Aber ich glaube, sobald die Events wieder an Fahrt aufnehmen, hat man dann auch sehr viel Material und auch sehr viel Auswahl. Das ist ja auch nicht so spannend. Ich saß da so beim Zoom-Call und kratzte mich am Hinterkopf, während der Entwickler was erzählte. Ja, nee, das sind nicht so die Insider-Geschichten. Ähren die dir noch was aufgefallen? Ja, der eine Kommentar, der ist ein bisschen länger, den fand ich recht aufbauend. Ich lese ihn gerade mal vor. Eure Ehrlichkeit, Mut, Dinge auszuprobieren. Ihr packt mit der nötigen Ernsthaftigkeit das Projekt Podcast an. Es läuft nicht so nebenher. Man merkt richtig, wie ihr voran wollt, euren festen Platz erkämpfen wollt. Klasse, alle eure Stimmen sind angenehm zu hören und ihr alle seid selbst einfach mega und die Gäste natürlich. Ist jetzt grammatikalisch jetzt nicht so super perfekt, aber mir gefiel das mit der Ehrlichkeit, Mut, Dinge auszuprobieren besonders gut. Ja, sehr schön. Ja, das sind noch viele andere. Also wir könnten da jetzt hier 92 Kommentare vorlesen, wobei es hat nicht jeder was ausgefüllt. Ab und zu gibt es auch so einen Strich, da wurde auch nichts hingeschrieben. Was haben wir denn hier noch? Lockere, unbeschwerter Art bei gleichzeitiger hoher Kompetenz. Finde ich auch schön. Ich finde euch total sympathisch. Danke. Wie dich auch. Einer nennt mich Sören. Danke. Sören, ja. Nee, habe ich schon öfter gehabt. Kein Problem. Ja, wir sind so ein Podcast manchmal von Gästen genannt. Ich schneide das dann aber meistens raus. Neulich bei einer Folge habe ich es heimlich geschnitten. Weil später hat der Gast dann es richtig gesagt. Habe ich dann einfach den Sönke rausgeschnitten von weiter hinten. Habe es vorne reingesetzt. Hat keiner gemerkt. Ja, so arbeiten wir hier. So akribisch. Ist alles gefakt hier. Genau. Ja. Also da sind lauter sehr positive Sachen. Da steht noch viel mehr. Ich will noch eins, zwei vorlesen. Weil es ist einfach so schön, auch mal das zu hören. Insider-Informationen, Anekdoten, Nostalgie, O-Ton-Einspieler, Sönke, super sympathische Art, ehrliche und direkte Kommunikation. Auch schön. Wir werden auch alle mal individuell gelobt. Das finde ich auch schön. Also jeder kriegt so ein bisschen seine eigenen Streicheleinheiten. Elternperspektive finde ich noch gut. Stimmt, bringen wir auch gelegentlich rein, ja. So, aber jetzt genug von dem Rumgeschleime und Selbstbeweihräucherung. Kommen wir jetzt mal zu dem nicht so schönen. Und was gefällt dir weniger, beziehungsweise stört dich, war die nächste Frage. Ja, also da kann ich nur sagen, man kann es definitiv nicht jedem recht machen. Also das muss man bei diesem Blog definitiv sagen. Da habe ich zum Beispiel was sehr Interessantes gefunden. Es gibt teilweise Widersprüche, also was heißt Widersprüche, es gibt halt ganz gegensätzliche Ansichten, fand ich ganz spannend, wie man so wahrgenommen wird oder wie die Folgen wahrgenommen werden. Zum Beispiel schrieb einer, was ihm nicht so gefällt, Struktur. Insbesondere in regulären Folgen habe ich das Gefühl, dass ihr euch zu einer Folgenstruktur zwingen müsst. Also kein Stress. Macht euch locker und schweift gerne mal ab. So, schrieb der eine und der andere schreibt dann, teilweise ausufernde Diskussionen, abschweifen vom Thema, Moderation allgemein. Also der eine empfindet das als zu durchgeplant und strukturiert und der andere sagt, die könnten mal viel öfter abschweifen. Interessant, wie das halt aufgenommen wird. Aber ich glaube, es ist auch immer die Frage, wann du welche Folge hörst, weil wir uns ja auch über die Folgen ein bisschen intern auch verändert haben, ein bisschen neu aufgestellt haben, vielleicht auch mal fokussierter wurden. Man weiß es nicht. Was ist euch da aufgefallen, Kollegin? Ja, also es gibt auch viele, die nichts stört. Das ist natürlich auch ein gutes Feedback. Aber natürlich gibt es auch Leute, die zum Beispiel sich noch eine andere Gesprächskonstellation wünschen. Es gibt ja jemand, der sagt, Andy hätte gefühlt 200 absolute Lieblingsspiele. Was ja auch vielleicht stimmt. Andy, ich weiß nicht. Ja, das war noch der netteste Kommentar bei mich, würde ich sagen. Ja, man muss hier eine dicke Haut haben bei diesem Blog. Das stimmt, ne? Also wir halten jetzt hier nicht zurück. Dann sag doch mal, Andy. Wieso? Was war denn? Lies doch mal vor. Naja, gut. Mir ist halt aufgefallen, dass so fast jeder zehnte Kommentar gegen mich oder gegen mein vom Retro-Do-Neo-Format war. Nee, ja nicht. Ich hab's durchgezählt. Okay. Ja, aber da kommen wir ja gleich noch zu dem Punkt Bonus-Formate. Da kommt es dann wieder relativ gut weg. Tut es nicht. Nee. Du bist ja ja ein bisschen sensibel, ne? Naja, ich meine, hier steht, Andy passt nicht zu Recht in die Runde. Das tut weh. Das schreibt aber einer nur. Ja. Ja und, ich bin ja hier der Moderator. Da schreibt einer. Die Moderation. Ihr seid mir oft zu unfokussiert. Oftmals kein schöner Gesprächsfluss. Oder, das war eigentlich das Beste. Ich hatte es mir irgendwo rausgeschrieben. Bla bla bla. Warte mal. Andy wirkt manchmal arg rummelig. Ja, das oft zu hörende Gekicher und Rumgeblödele durch den Moderator finde ich nervig. Ja, sorry. Ja, wie gesagt, ich sag ja, erstens, es sind nur ein Zehntel der Stammhörer, die das beantwortet haben. Zweitens, man kann es nicht jedem recht machen. Und Thema Andy, du bist natürlich neu dazugekommen. Ja, ist klar. Die Leute müssen sich vielleicht noch ein bisschen dran gewöhnen. Gerade die, die von Anfang an dabei waren, die, keine Ahnung, die sagen halt hier, Andy, wo kam der auf einmal her? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du später eingestiegen bist und direkt mit dir eingestiegen bist, ist die Umgewöhnung überhaupt kein Problem gewesen, weil du warst ja schon da. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn du halt am Anfang eher mit Olaf gehört hast? Ich weiß es nicht. Aber ich, ich sag mal dazu, wir sind, wie wir sind. Und wir verbiegen uns halt auch nicht und wir werden das auch nach dieser Umfrage nicht machen. Also sorry, wenn ich mal das Gefühl habe, ich muss jetzt lachen, dann lache ich. Und ich glaube, es ist auch mal die Frage, welche Folge du gehört hast. Ich kann mir auch vorstellen, welche Folge das war, als der Kommentar kam. Das war die Folge 23 mit der Leia, weil da haben wir tatsächlich sehr viel gelacht, weil das einfach eine saulustige Folge war. Die hat einfach so viele lustige Sachen erzählt. Da war so eine gute Stimmung. Dann wird halt auch mal gelacht. Ja, ist halt so. Oder, Sönke? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man lachen muss, dann muss man halt lachen und dann, 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 hilft es nichts. Das kann man natürlich rausschneiden, aber das verzerrt es dann ja auch wieder. Insofern finde ich das okay, wenn man das einfach so wirklich so lässt. Also was ich so ein bisschen noch das Gefühl habe, dass schon sich einige Leute noch mehr dieses Abschweifen wünschen, weil es vielleicht auch so ein bisschen mehr Lockerheit reinbringt. Der eine hat ja auch geschrieben hier, wie hat er das formuliert? Wartet mal, ich suche mal kurz die Stelle. Monolog Formate, das mag einer nicht. Und dann steht hier noch reine Informationswut. Also das klingt so, als ob wir wirklich einen kompletten Informations-Overkill hier hätten. Das sind, wie gesagt, nur Meinungen einzelner Leute. Mein Gefühl sagt mir, dieses Abschweifen, das haben wir zum Beispiel damals bei Games und so bei dem Podcast, da haben wir überhaupt nichts vorbereitet. Gar nichts. Nichts. So klang er ja aber auch. Nein, Spaß, aber ja, verstehe ich. Nee, aber wir hatten mal, auf Folgen hatten wir 50.000 Downloads und wir haben nichts vorbereitet. Gar nichts. Sönke, wir sind im Jahr 2021. Ja, ja, genau. Aber ist ja, ist ja wurscht. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt da wirklich so ein bisschen mehr in der Mitte in Richtung auf jeden Fall vorbereiten, aber auf jeden Fall auch mal ein bisschen abschweifen. Also ich glaube, die Wahrheit liegt mehr da drin, dass, also so geht es mir bei manchen Podcasts, wenn wir sie aufgezeichnet haben. Bei manchen denke ich mir im Nachhinein, ich glaube, das war halt ein bisschen zu sehr abgeschweift. Bei manchen denke ich mir, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu strukturiert, zu steif. So mein Gefühl. Ich glaube, dadurch kommt diese Schwankung zustande, dass der eine, glaube ich, dann mehr den Podcast in Erinnerung hat, der andere mehr den Podcast, wo er diesen Kommentar geschrieben hat. Genau, das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, wann du diese Umfrage ausfüllst, beeinflusst auch, was du da schreibst. Wenn du halt jetzt irgendwie die eine Folge gehört hast, die relativ durchstrukturiert war und hattest du irgendwie mehr Bock auf so einen Labertalk. Es muss nicht mal so sein. Es kann auch sein, dass es nur daran liegt, wenn dem einen jetzt stört, wenn es abgeschweift wird, dann fällt natürlich ihm genau die Folge auf, wo wir zu sehr abgeschweift haben. Wenn dem anderen mehr stört, allgemein, wenn es zu strukturiert ist, dann fällt ihm natürlich die Folge auf, wo es halt zu strukturiert ist. Das heißt, es muss nicht unbedingt die letzte Folge gewesen sein, die man gerade gehört hat, sondern es ist halt die Folge, die halt eben dem eingefallen ist bei der Frage, was hat dich am meisten gestört bislang. Ja, wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen, aber es sind auf jeden Fall wertvolle Informationen, die hier auch angenommen werden. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt nicht annehmen, also soll ich jetzt bitte nicht falsch rüberkommen. Aber ich werde mich jetzt zum Beispiel als Moderator sicherlich nicht verstellen, nur weil jetzt einer geschrieben hat, du lachst so oft oder so. Weißt du, das finde ich auch unauthentisch. Also das werden wir nicht machen. Ich muss auch hier mal eine Lanz für den Andy brechen, nur dass die Hörer das auch mal erfahren. Der Andy macht so viel für das Projekt und ich finde, er passt hervorragend hier rein und ich finde sein Format vom Retro-Tourneo sehr gut. Wenn das einem jetzt nicht so gefällt, mein Gott, dann ist es halt so, aber es gibt ja auch Leute, denen es gefällt, aber da kommen wir gleich noch zu. Außerdem, da schrieb nämlich einer, vom Retro-Tourneo finde ich eher langweilig. Jetzt kommt es aber, Andy. Höre ihn aber trotzdem manchmal, weil ich Andys so sympathisch finde. Grüße an dieser Stelle. Und das meine ich damit, das ist ja dann auch wieder irgendwie positiv, jetzt auch für dich, weißt du? Ein anderer sagt, ich bin manchmal anstrengend. Ja, bist du auch. Scheine zu polarisieren, hast du ja zu mir gesagt. Ja, genau, ich bin anstrengend. Späßchen. Ich wollte noch was zu diesen Schwankungen sagen. Ich persönlich finde, also jetzt mit diesen konträren Meinungen wollte ich noch was zu sagen. Ich finde, das ist was Positives für uns, weil ich persönlich mag es nicht, wenn es immer das Gleiche ist. Und das zeigt uns irgendwie, dass wir sowohl solche Podcasts als auch solche Podcasts machen können. Ja, finde ich auch so. Also ich finde, Ema sollte immer was Positives aus so Feedback ziehen. Und es widerspricht sich auch dann teilweise. Der eine schrieb zum Beispiel, was ihm nicht gefällt, wäre langweiliger Redakteurs Insider Talk. Aber in dem Punkt davor, was gefällt euch am Podcast, haben ja ganz viele gesagt, die Insider Geschichten, die Anekdoten, der Blick hinter die Kulissen, was halt ganz vielen anderen Leuten gefällt. Dann muss ich dann sagen, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Podcast für denjenigen, wenn das jetzt ihn so sehr langweilt. Nicht, dass ich ihn jetzt als Hörer verlieren möchte, aber wir reden halt gerne darüber. Es geht ja oft auch um unseren Job, um Spielejournalismus. Wenn man das halt total langweilig findet, mein Gott, dann ist es wahrscheinlich so. Also man kann sich halt auch nicht verbiegen, finde ich. Ich glaube, was man da auch nicht vergessen sollte, also was mir jetzt auch noch auffällt beim mehrfachen Durchscrollen, es gibt halt echt auch viele Leute, die einfach gar nichts stört, weißt du? Hm, mir fällt nichts ein oder nix oder nix, wieder nix, ja, bisher eigentlich nix, gar nix, aktuell nix, keine Angabe, mich stört nix. Der eine schreibt, wenn mich was stören würde, dann würde ich euch gar nicht hören und so weiter. Also auch das kommt sehr, sehr oft vor. Ist natürlich auch, wie anfangs schon erwähnt, irgendwie auch ein Signal, wenn mehr als die Hälfte der Leute einfach überhaupt gar nix stört, dann ist das ja, glaube ich, auch schon mal eine gute Tendenz. Aber natürlich soll man auch das Feedback wahrnehmen, was stört und ja. Ah ja, eins ist mir noch auffallend, wenn man durch die Folge hetzt, in Klammern, bitte nie wieder den Buzzer. Ich glaube, da weiß ich auch, wie ich ja höre das war, mit dem hatte ich nämlich darüber geschrieben, da ging es um unsere Jahresabschlussfolge zum Jahr 2020, da hatte ich dann im Schnitt die lustige Idee oder ich habe das in der Folge immer so gemacht, so, so, Redezeit vorbei, Klingelingeling und habe dann so eine Boxklingel eingebaut und ich habe die anscheinend nicht so gut abgemischt. Also bei mir klang das okay, aber es hat wohl einige Leute extrem gestört, weil die dann irgendwie im Auto saßen und dann haben sie halt den Podcast gehört und auf einmal macht das dann Klingelingeling und denen sind die Ohren halt weggeflogen. Versprochen, liebe Leute, dieser Buzzer wird nie wieder benutzt. Es tut mir leid, das war mein, ja, vielleicht auch nicht so toller Einfall. Ich dachte, das wäre irgendwie lustig. Es gab so zwei, drei Stimmen, die meinen, das wäre viel zu laut gewesen. Aber Thema Selbstkritik, was ich noch eigentlich ein guter Hinweis fand oder wo ich jetzt im Nachhinein sage, da haben die wahrscheinlich auch recht oder hat derjenige recht, zu früh auf Monetarisierung gegangen, ohne ein klares Profil bzw. Abgrenzung zu den etablierten Platzhirschen. Oder, das gab nochmal so eins, zwei, die meinten, man bekommt zuweilen das Gefühl vermittelt, der Podcast wäre eine finanzielle Belastung für die Beteiligten. Das drückt ein wenig auf die Stimmung. Und ich glaube, noch ein dritter hat was zu dem Thema gesagt. Patreon Steady wird so oft erwähnt. Also ich glaube, es gab drei Leute, die das so ein bisschen stört. Und das haben wir natürlich auch besprochen. Und ja, das kann schon sein, dass gerade in unserem Bonusformat, wenn wir dieses Bonusformat Conference Call, wo man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, das ein bisschen zu oft angesprochen haben. Und auch so vielleicht. Und wir haben daraus eigentlich jetzt den Entschluss gefasst, wir werden das nicht mehr tun, weil Games Insider ist ein Herzensprojekt. Das ist ein Projekt, was wir machen, weil es uns Spaß macht. Das ist das A und O an dem Projekt. Und klar freuen wir uns über jeden neuen Unterstützer. Ist doch logisch. Ich meine, wir würden das nicht tun. Aber es soll definitiv nicht im Fokus stehen. Es soll auf keinen Fall so rüberkommen, dass das irgendwie eine Belastung für uns wäre hier finanziell. Also wir werden das einfach nicht mehr thematisieren. Also das haben wir jetzt einfach mal so gesagt. Wir werden uns natürlich weiterhin in den regulären Folgen bei unseren Unterstützern bedanken, weil ich finde, das gehört sich so. Das ist einfach eine Geste, die wir einfach auch machen wollen, weil uns das wichtig ist. Aber wir werden jetzt hier keinen mehr sagen, ja, ihr sollt uns unterstützen. Und wer das machen möchte, macht es ja eh. Also ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Vielleicht haben wir es da ein bisschen übertrieben. Und das ist auf jeden Fall angekommen und finde, ja. Oder? Ja. Wie seht ihr das? Ja, das hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ja. Und ansonsten, also es sind sehr, sehr gute Punkte teilweise. Und, ah ja, jetzt bin ich gerade um eins hochgerutscht, was ich noch vergessen hatte. Was gefällt dir bei Games Insider? Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Positiven. Da haben sich einige zum Beispiel gewünscht, dass wir diese vergessenen Spieleschätze öfter machen. Das wurde auch das Öfteren mal genannt. Ja. Da schrieb zum Beispiel eine letzte Folge in Klammern vergessene Spieleschätze. Bitte mehr davon. Es gibt noch sehr viele unbekannte Spieleschätze. Der Ende 90er, Anfang 2000er, Beispiel Giants, Citizen, Kabuto, Outcast, der Clue 2, Pünktchen, Pünktchen. Also diese Reihe werden wir bestimmt fortführen innerhalb der regulären Folgen. Wie oft, werden wir mal schauen. Aber das wurde auch diverse Male gewünscht. Das hatte ich mich noch vergessen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Feedback, weil die hat uns selbst auch total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da geht noch was. Ja, und ich sehe hier auch noch, wird öfter genannt, so diese Geschichten aus dem Journalistenleben. Das ist natürlich jetzt durch Corona etwas schwieriger geworden, weil man ja die ganze Zeit nur im Homeoffice steckt. Aber Fakt ist, sobald eben die Events wieder losgehen, dann kommen natürlich ganz automatisch die wildesten Geschichten zustande. Einfach durch die Situation oder den Ort, an dem man sich befindet. Und allein das finde ich persönlich auch immer so spannend, dass man es natürlich auch anderen Leuten im Freundeskreis einfach erzählt. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder auf die Zeit, wo man da dann ein bisschen mehr darüber mal wieder reden kann. Das ist ein super Punkt, auf den wir gleich kommen. Aber ich habe noch einen Negativpunkt gefunden, der mich irgendwie verwundert vom MacBook hat sitzen lassen. Weil irgendwie gibt es da anscheinend eine Verwechslung. Da schreibt nämlich einer, bitte lest keine vorbereiteten Texte oder Reviews vor. Ich bin damals mit einer Retro-Folge zu Eye of the Beholder eingestiegen und das hat sich nicht wirklich gut angehört. Ich finde einen freigesprochenen Vortrag viel interessanter, auch wenn nicht eventuell jeder Gedanke gleich voll ausformuliert ist. Der Gedankenstrom ist mir lieber als ein zugespitzter Rezensionstext, wie er ihn vermutlich für Print Online erstellt. Ich kann dazu nur sagen, wir haben nie eine Folge zu Eye of the Beholder gemacht. Also, keine Ahnung, wie er darauf kommt. Ob der Lands of Lore meint? Das könnte sein. Weil ehrlich gesagt, stimmt, du hast recht, weil ich hatte das nämlich auch gelesen und ich dachte, er meint die Lands of Lore-Folge und habe das nämlich verwechselt gehabt. Jetzt, wo du es sagst, stimmt, das war nicht Eye of the Beholder, sondern Lands of Lore. Und da klangst du auch ein bisschen noch, war das nicht sogar dein erster Retro? Genau, das war relativ ausformuliert und vorbereitet, das stimmt. Genau, da klangst du noch ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so klang, wenn du jetzt einmal nur vorgelesen hättest, aber es klang ein bisschen, ja, emotionslos im Vergleich zu dem Rest der Folgen, die ich so kenne mit dir. Da habe ich noch nicht so viel gekichert und rumgeblödelt. Ja, nee, aber hier Eye of the Beholder war ja mein Gastbesuch bei den Spiele-Veteranen. Da haben wir da über Eye of the Beholder gesprochen. Allerdings war das halt null irgendwie abgelesen. Also es war ja komplett spontan. Also ich glaube, er hat das verwechselt. Und ja, das mag sein, wenn das Lands of Lore war, dass das so war. Aber ist bei einem Solo-Podcast ja auch ein bisschen schwierig. Da wundert es mich ein bisschen mehr, dass er sich, also wenn er jetzt wirklich Lands of Lore meint, wundert es mich ein bisschen mehr, dass er sich da jetzt auf die erste Retro-Podcast-Folge bezieht, weil es gibt ja inzwischen doch einige weitere. Die eben kein Monolog-Format haben. Definitiv nicht. Ja, genau. Aber gut, das ist mir noch aufgefallen. Bene, und ein Punkt, den ich hier noch sehe, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Kein Merchandising bis runter zu den kleinen Patreons. Vielleicht ein Klebesticker, eine Tasse oder spezielle Emojis für Discord. Das mit den Discord-Auszeichnungen oder wie nennst du es, hast du ja schon gemacht. Das haben wir ja schon für Unterstützer. Die Klebesticker, die gibt es noch nicht, aber ist ein guter Vorschlag auf jeden Fall. Vielleicht kann man ja auch einfach mal irgendwie den ein oder anderen Download-Code mal irgendwie. Gibt es ja manchmal so Verlosungsaktionen, dass man sowas mal schickt. Ja, muss ich ehrlich sagen, also wenn ich unsere Zielgruppe jetzt mal anschaue, die vom Altersdurchschnitt bei 38,83 liegt, brauchen die jetzt so viele Sticker? Ich weiß nicht. Aber Tassen, T-Shirts, Stofftiere. Können wir ja mal besprechen intern. Also es war jetzt ein einziger, der sich das gewünscht hat. Mag sein. Was ich immer ganz nett finde, ist vielleicht eine persönliche Postkarte oder so. Weißt du? Irgendwie so an Weihnachten oder so einen persönlichen Gruß. Ich bekomme zum Beispiel von Nintendo jedes Jahr immer eine fantastische Weihnachtskarte. Oh ja, da sind die ganz groß drin. Dann kriegst du die auch. Die schreiben jedem eine eigene Karte. Ja, sensationell. Wo dann der Harald Ebert, der PR-Manager dann irgendwie einem ganz persönlich schreibt. Wirklich die komplette PR-Abteilung, eine eigene Karte. Und da freue ich mich immer total, weil das hat was sehr Persönliches. Das könnte ich mir schon vorstellen für Unterstützer dann. Aber eher, aber jetzt irgendwelche Sticker oder so. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal intern besprechen. Also kann sein, dass wir da vielleicht nochmal irgendwann was machen. Wobei so ein T-Shirt mit Games Insider. Ja, das muss ja mal mindestens sein, oder? Dann eher ein T-Shirt. Jungs, das müssen wir mal in Ruhe besprechen. Das können wir jetzt hier nicht öffentlich austragen. Vielleicht. Und wie gesagt, diese Discord-Rolle für Unterstützer, die gibt es ja. Wenn man Unterstützer wird, kriegt man auf Discord so ein schönes Games Insider-Blau. Und ist dann total auffällig. Und jeder weiß, oh, das ist einer von den ganz coolen Hörern. Und es gibt auch so einen eigenen Unterstützer-Channel. Also das gibt es ja schon. Genau. So, aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir haben noch einige andere Punkte. Wir waren dran. Ich glaube, ich bin als nächstes wieder dran. Welches Thema in den regulären Folgen gefällt dir am besten? Da habe ich jetzt wieder so eine schöne Kuchen-Grafik vor mir. Da haben wir 64,1% finden am besten, wenn es um Spiele, Journalismus und Magazine geht. 16,3% freuen sich über einzelne Spiele oder Spiele-Serien. 10,9% über Retro-Games. Wobei ich jetzt finde, das ist eigentlich ziemlich verwandt, die beiden. Man kann ja auch einzelne Retro-Games-Spiele haben. Und dann haben wir noch zwei Leute, die sagen Genre-Schwerpunkte. Zwei Leute gleichwertig alle genannten Themen. Zwei sagen kulturelle Aspekte von Spielen. Das finde ich ein bisschen schade, weil das finde ich irgendwie interessanter. Und jeweils einer noch, oh, das ist relativ uninteressant, hängt vom jeweiligen Thema, nicht vom Format ab und kann ich so genau gerade nicht bestimmen. Also so oder so, fast zwei Drittel aller Leute spielen, Journalismus und Magazine, das ist eine ziemlich starke Ansage. Definitiv, ja. Und danach halt eben über einzelne Spiele. Also wenn ich jetzt mal die Retro-Games und das andere zusammennehme, da kommt man auch noch so auf 26% hin. Und ich finde auch, das ist aber auch ungefähr das, was wir eigentlich liefern, oder? Also ich finde, es trifft gerade, wenn ich mir so die letzten Folgen anschaue, die regulären, genau das eigentlich. Wir haben ja immer so Spielejournalismus irgendwie drin. Sei es jetzt, weil wir persönlich dann irgendwie aus dem Job erzählen oder was wir damals für Verrisse hatten. Ist ja auch eine Folge jetzt, eine aktuelle. Oder halt über einzelne Magazine, wie die Videogames, wie die eingestellt wurde. Aber wir haben ja auch immer wieder einzelne Spiele drin und versuchen trotzdem immer so diese Spielejournalismus-Perspektive reinzubringen. Und ich glaube, wir treffen damit ganz gut unsere Hörerschaft, ne? Würde ich jetzt mal schon auch sagen. Auf jeden Fall. Also wie der Dart-Pfeil in die Mitte der Scheibe so ungefähr. Naja, fast. Aber 64,1% ist schon eine Menge, glaube ich. Bestärkt uns, glaube ich, auch so diese Themenlinie weiterzufahren. Wobei wir uns natürlich immer wieder freuen, wenn es gerade auf Discord gibt. Es gibt ja da diesen Feedback-Channel und Themenvorschläge und so. Wenn da irgendwas reinkommt. Also wir sind da immer offen und wir haben auch eine riesige, gigantische Themenliste, die sich auch immer weiterfüllt. Wo wir dann immer schauen, okay, das wäre jetzt mal vielleicht interessant und das. Also wir sind da schon sehr dahinter, dass wir so ein ausgewogenes Programm bieten und eine bunte Mischung. Und wissen aber jetzt auch, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind und dass wir da den Geschmack ganz gut treffen. Das freut mich. Schön. Gut. Nächster Punkt war, Gäste in den regulären Folgen, finde ich. Pünktchen, Pünktchen. Da gab es zur Auswahl. Super, gerne so oft wie möglich. Gelegentlich unterhaltsam, aber bitte nicht damit übertreiben. Und brauche ich nicht unbedingt. Und auch hier war eindeutig klar, die Leute finden Gäste gut. Es haben nämlich 66,3 Prozent, 61 Stimmen gesagt. Super, gerne so oft wie möglich. Dann haben 30 Leute abgestimmt für gelegentlich unterhaltsam, aber bitte nicht damit übertreiben. Das waren immerhin 32,6 Prozent. Und nur ein einziger. Ja. Ein einziger hat gesagt, brauche ich nicht unbedingt. Das heißt, Fazit, Gäste sind auf jeden Fall willkommen bei uns. Und das ist anscheinend auch etwas, was ihr da draußen als sehr bereichernd empfindet. Aber immerhin ein Drittel sagt auch, okay, übertreibt es jetzt nicht damit. Also wir brauchen jetzt nicht jede Folge ein, vielleicht auch nicht jede zweite. Aber ich glaube, jede dritte ist das schon ganz okay für die meisten. Irgendwie hätte ich da gerne aber so eine Antwortmöglichkeit noch gehabt, einfach nur zu gucken, dass da gar keiner was zu sagt. Stört mich. Kann gut sein, ja. Du, das ist meine erste Umfrage, die ich erstellt habe für den Podcast. Mir sind hinterher auch noch diverse Sachen eingefallen, die man hätte noch aufnehmen können. Zum Beispiel auch, mögt ihr Musik ein Spieler? Ja, nein und so, weil wir das ja auch gerne machen. Das kommt dann alles in die nächste Umfrage. Andy, die machen wir dann zusammen. Da bist du dann... Was hast du zusammen? Die erstellst du dann? Viel Spaß. Nee, das ist ja alles ganz easy erstellbar mit Google Docs. Man muss sich halt schon überlegen, was man macht. Ich habe mich jetzt erstmal auf diese wesentlichen Punkte konzentriert. Aber klar, die Auswahl hätte vielleicht da sein können. Also es hätte ja sein können, dass die Auswahl gegeben ist, aber keiner das geantwortet hat und deshalb wird es jetzt hier nicht aufgeführt. Nee, nee, es gab diese drei, die ich gesagt habe. Also du musstest zwingend was ankreuzen. Und da ist halt wirklich zwei Drittel, das sagt halt ganz klar, super gerne so oft wie möglich. Ich meine, das ist klar, also das Ergebnis überrascht mich jetzt auch kein Meta. Ich meine, ich habe so das Gefühl, der eine, der gesagt hat, brauche ich nicht unbedingt, das ist ein Konkurrent, der uns sabotieren will. Der uns die Gäste nicht gönnt. Der geheime Sabotage-Insider. Das kann natürlich sein, ja. Naja. Ja, pass auf jetzt. Ihr dachtet ja, eure 66,3 Prozent wären die höchste Bewertung hier. Nein, es gibt noch eine höhere Prozentzahl für eine Antwort, nämlich deine Meinung zu O-Tönen. Und da ist es so, dass also 91,3 Prozent der Leute, 84 Personen finden also diese O-Töne bereichernd für den Podcast und lediglich acht Personen sagen, interessieren mich eher nicht. Die Betonung liegt auf eher. Auch da hätte man vielleicht auch noch eine, interessieren mich gar nicht. Aber ich glaube, die 91,3 Prozent sprechen für sich. Ich persönlich finde die O-Töne auch immer echt überraschend sehr gut. Also vor allem jetzt auch, was zum Beispiel der Entwickler da von Wiggles oder so gesagt hatte. Also da muss man vielleicht noch dazu sagen, die O-Töne, die hört zwar der Benedikt, aber der Andy und ich kriegen die ja oft vorher gar nicht mit, was die Leute da sagen. Und bei diesem Wiggles, da habe ich mir echt gedacht, alter Schwede, was packt der da jetzt noch für Sachen alles aus. Und da waren so coole Details dabei. Und das, glaube ich, empfinden dann hoffentlich auch die Hörer so in dem Moment, dass das eben ja einfach noch einen schönen Mehrwert gibt, den man so vielleicht sonst nicht erwartet hätte. Nee, das werden wir weiter machen auf jeden Fall. Ist natürlich immer die Frage, okay, passt zum Thema. Wer hat da gerade Zeit? Wer ist verfügbar? Man muss immer gut durchplanen. Aber wenn es möglich ist, werden wir das auf jeden Fall weitermachen. Es wird natürlich auch immer wieder mal einen Podcast geben ohne O-Ton. Aber wobei, wenn ich so die nächsten anschaue, dann gibt es auch wieder einen O-Ton. Also wir sind da auch da auf einem sehr guten Weg und treffen da, glaube ich, ganz gut den Geschmack. Freut mich. Okay, der nächste Punkt. Würdest du dir Podcast-Rezensionen zu aktuellen Spielen wünschen? Da gab es nur Ja oder Nein als Antwortmöglichkeit. Und das ist überraschend gemixt. Das sind 43,5 Prozent sagen Ja und 56,5 Prozent sagen Nein. Also meinen absoluten Zahlen ist das 40 zu 52. Da hatte ich jetzt eigentlich mit unseren Schwerpunkten, gerade mit alten Spielemagazinen und so, eher mitgerechnet, dass da mehr Leute Nein, also noch mehr Leute Nein sagen als Ja im Vergleich. Ja, das stimmt. Wobei, es ist ja schon die Mehrheit mit 56,5 Prozent. Ja, aber komm, also bei einem Unterschied von um die 5 Prozent, das ist für mich jetzt nicht sehr aussagekräftig, finde ich. Ja, und da würde ich mir jetzt halt wünschen, dass mehr Leute mitgemacht hätten, weil was fängst du jetzt mit dieser Info an? Jetzt hast du da irgendwie 40 Leute, die wünschen sich aktuelle Rezensionen. Du hast irgendwie 52, die wünschen sich keine. Was ist denn mit den 900 anderen Stammhörern? Die Frage ist, warum wünschen sie sich keine? Zum Beispiel, wir hatten ja Rezensionen, aber nur ganz kurze im Conference Call, wobei es jetzt auch keine umfassenden Rezensionen waren. Das waren ja immer nur so Meinungen, die dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe gingen, weil sie einfach länger waren. Ja gut, wir hatten die Dark Souls Folge. Das ging ja schon in Rezensionen, natürlich mit viel Futter außenrum, sag ich mal. Also ich würde gerne mehr damit machen, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich würde es mehr machen wollen zu Themen, wo ich das Spiel schon rezensiert habe für ein anderes Medium, einfach weil ich da dann schon entsprechende Zeit reingesteckt habe und auch nochmal reflektieren konnte im Nachhinein, vielleicht nochmal weitergespielt oder Multiplayer gespielt oder irgendwas. Also da auf jeden Fall und dann natürlich rein thematisch vielleicht, was eben die Leute vielleicht nicht so kennen. Ja, ich erinnere mich an dieses Thirteen Sentinels oder sowas. Das war so ein Spiel, wo ich auch selber gar nicht wusste, dass ich es mal testen würde. Aber als ich dann getestet habe, war ich umso überraschter, wie gut es eigentlich war. Dann komme ich jetzt wieder hier mit den Hörerzahlen im Hinterkopf. Wenn du aber jetzt in den regulären Folgen ein total unbekanntes Spiel als Hauptthema nimmst und dazu eine Rezension machst, dann werden die Hörerzahlen einbrechen. Ist halt so. Naja gut, aber die Frage war jetzt nicht auf die regulären Folgen nur gemünzt. Ach so, ja stimmt, das war ja allgemein. Natürlich, könnte man natürlich auch einen Bonusfahrt überlegen. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, da sollte man intern auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken. Weil ich meine, das Feedback ist ja schon da. Es wird durchaus gewünscht, aber eben nicht von allen. Also muss man halt mal gucken. Ich bin da dem auch nicht abgeneigt, so ist es ja nicht. Ich denke auch manchmal so, ey, jetzt kommt gerade das Spiel raus und eigentlich wäre es cool, jetzt mal was drüber zu erzählen. Wir machen es ja im Conference Call auch immer wieder mal. Also deswegen nutzen wir ja auch den Conference Call oft dann zu sagen, ah, das spielen wir gerade und so. Wobei ich bin ja eh immer late to the party und spiele dann irgendwie Spiele, die vier Jahre alt sind. Also da habe ich auch keinen Stress mit. Übrigens wäre das auch ein Format, was man auch mal diskutieren könnte, dass man irgendwie Spiele, die halt noch nicht uralt sind. Late to the party, das Format klingt gut. Aber auch ein anderes Thema, also wir haben noch divers intern zu besprechen. Wäre auch noch eine Idee, dass man halt da mal sich auch Spielen widmet, die halt jetzt irgendwie nicht retro sind, aber die halt vielleicht zehn Jahre alt sind. Ich hole zum Beispiel gerade das erste Red Dead Redemption auf der Xbox One X nach in 4K und bin total begeistert. Aber das nur am Rande. Also danke für euren Input, das ist alles sehr interessant. Wird auf jeden Fall besprochen noch. Nächste Frage. Oh, das bin ich. Unterstützt du Games Insider bei Patreon oder Steady? Auch hier wieder sehr ausgewogen. Es gab zur Auswahl Ja oder Nein und da haben 55,4 Prozent gesagt Ja, 51 Stimmen und 44,6 Prozent haben gesagt Nein, 41 Stimmen. Was ja auch zeigt, dass sehr viele der Unterstützer hier bei der Umfrage mitgemacht haben. Gut, viel mehr muss man dazu eigentlich jetzt nicht sagen, glaube ich. Ist ja eine reine Info. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Blog. Da geht es jetzt auch um unsere Bonusformate und um Patreon und Steady. Und da ist eben die Frage, wie zufrieden bist du mit dem Angebot dort bei Patreon und Steady? Vielleicht Benedikt zur Einordnung, so wie ich das jetzt verstehe, 5 ist die höchste Wertung, die man vergeben kann und 1 die niedrigste. Ist das richtig? Korrekt, ja. Okay. 34,6 Prozent sind sehr zufrieden, also geben 5 Punkte und 53,8 Prozent sind auch, ja, ich weiß nicht, wie du selber die Kategorien dann genannt hast, aber die sind dann in der Stufe direkt dahinter, also sprich, die ersten beiden Blöcke sind sehr stark vertreten und danach, also einen Punkt gibt es gar nicht, bei drei Punkten haben nur zwei angeklickt und bei zwei Punkten haben nur vier angeklickt. Also die überwiegende Mehrheit von über 88 Prozent ist auf jeden Fall sehr positiv gestimmt und das freut uns natürlich auch. Genau, wir werden versuchen, das natürlich auch weiterhin erfüllen zu können, das ist klar. Also das ist schon sehr schön. Wir haben ja aktuell vier Extrafolgen für Unterstützerinnen und Unterstützer so im Schnitt und versuchen das natürlich weiterhin so zu machen und ja, schönes Feedback, oder? Freut uns. Ja. Und auch die nächste Frage spielt da jetzt rein, Andy. Genau. Die Frage ist jetzt auch an die Unterstützer gewesen. Welches Bonusformat gefällt dir am besten? Und da gibt es ein sehr eindeutiges Votum, nämlich 84,6 Prozent sagen Making Max, das ist jetzt keine große Überraschung auch für uns und das andere ist relativ verteilt. Jeweils drei Leute, Retro-Runde und Conference Call und jeweils einer Test-Check und vom Retro-Tourneum. Genau. Das ist also schon überwältigend, ne? Das Making Max wurde ja auch bei dem Punkt oben, was gefällt euch am besten am Podcast, sehr oft genannt und das ist anscheinend ein Format, ja, dass die Leute richtig rockt. Das ist doch schön, ne? Freut mich. Da werden wir natürlich auch schauen, dass das weiterhin so gut läuft wie bisher. Wir konnten ja bisher wirklich jeden Monat seit Anführung des Formats einen Gast auftreiben, ist aber nicht immer so ganz einfach, muss man auch dazu sagen. Also das ist schon immer eine Herausforderung zu gucken, welches Heft ist als nächstes dran, welcher Gast hat Zeit, wen kann man dazu auch wirklich bewegen, darüber zu sprechen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh nee, diese alten Hefte, das habe ich mit abgeschlossen, möchte ich gar nichts mehr zu sagen oder habe ich schon in anderen Podcasts erzählt oder ich habe da irgendwie nichts mehr Neues beizutragen. Aber wir bleiben da dran und das macht uns auch sehr viel Spaß und ich sage mal nur so viel, die Folge im April 2021 zum Making Max, die wird richtig gut, gell Andy? Oh ja. Und die wird auch ein sehr populäres Spielemagazin behandeln, aber lassen wir das bewerben. Wir wollen ja auch gar nicht mehr so viel bewerben. Haben wir ja gesagt, Thema Werbung, lassen wir, ist vorbei, ne? Wobei der nächste Punkt ging natürlich auch nochmal um dieses Thema. Man will ja auch mal wissen, wenn man so eine Umfrage macht, woran das vielleicht liegt, dass man nicht unterstützt wird. Deswegen war die Frage, falls du keine Unterstützerin oder Unterstützer bist, warum nicht? Und wie könnten wir dich davon überzeugen, uns zu unterstützen? Und da gibt es halt auch diverse individuelle Antworten, das konnte man auch frei eingeben. Da gab es dann zum Beispiel Leute, die haben gesagt, mag keine Abos, kannst mir derzeit einfach nicht leisten. Das haben auch einige übrigens gesagt, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Noch seid ihr nicht geil genug. Das ist auch los, ja. Noch seid ihr nicht geil genug. Dann müssen wir da noch dran arbeiten, noch geiler zu werden. Oder bin noch nicht voll überzeugt, hoffe noch auf leichte Verbesserungen im Bereich Recherche. Oder es scheitert bisher nur an der eigenen Überwindung, erstmals für Podcasts zu zahlen und so weiter. Also ich spare mir jetzt hier irgendwelche Werbetiraden. Wie gesagt, wir setzen das jetzt knallert um. Wenn ihr noch wollt, könnt ihr auch noch was vorlesen. Das sind ja noch diverse Antworten. Weil. Weil ist auch gut, ja. An euch liegt es nicht. Mein Tag müsste 28 bis 30 Stunden haben. Oh ja, meiner auch. Ja, meiner auch. Bin ich dabei. Ja. Oder vielleicht wieder was Differenzierteres mal. Der hat sich nämlich auch ein bisschen Zeit genommen. Da kam die Antwort, es gibt ein vielfältiges, kostenfreies Angebot zum Thema. Ich möchte nicht abwägen, welcher Podcast, in Klammern Stay Forever, Game Not Over, Last Game Standing, Games Insider und viele mehr, Klammer zu, monatlich meine 5 Euro verdient, in Anführungsstrichen, hat und beschränke mich daher auf frei zugängliche Inhalte. Dazu kommt, dass ich von den genannten schon teilweise Episoden verpasse, weil der zeitliche Rahmen für die ganzen Inhalte gar nicht gegeben ist. Finde ich ein sehr gutes Argument dagegen, einen Podcast zu unterstützen, muss ich zugeben. Weil er hat ja recht, es gibt halt unfassbar viele Podcasts, es gibt unfassbar viele kostenlose Podcasts. Wenn du die alle hörst, klar, da kommst du nicht mehr nach. Also kann ich verstehen, muss ich sagen. Einer schreibt hier noch, weil ich aus Brasilien bin, deshalb im Moment unmöglich für mich. Also auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass wir auch einen in Brasilien ansässigen Hörer haben. Das freut uns natürlich sehr. Ist sogar eine Hörerin, die ist bei uns auf Discord auch sehr aktiv oder relativ aktiv. Freut mich auch. Wobei, ich glaube, mit Kreditkarte kannst du trotzdem unterstützen. Aber wie gesagt, lassen wir das Thema jetzt. Ist jetzt vorbei. Wer uns unterstützen will, macht es einfach. Wer nicht, lässt es sein. Wir haben euch alle lieb da draußen. Ja, da gibt es keine Zweiklassengesellschaft und ihr verpasst vielleicht das T-Shirt, das wir noch besprechen werden. Mal schauen. Mal gucken. Genau. Noch irgendwas, was euch aufgefallen ist, oder sagen wir mal zum nächsten Punkt? Podcast-Unterstützer finden sich von alleine. Genauso wie der Lieblingsverein. Nicht durch Werbung, Schrägstrich Marketing. Ja, ein bisschen Werbung darf natürlich schon sein, glaube ich, aber... Ja, mal auf Twitter oder so kann man das ja schon mal machen, ja, wie gesagt. Aber ich glaube, wenn du uns unterstützen magst, dann machst du es halt. Haben einige Leute schon recht. Man muss es nicht zu oft thematisieren. Also da bin ich auch mittlerweile sehr selbstkritisch. Deswegen, komm, lass mal das Thema. Ab zum nächsten. Ja, also das Nächste ist, gibt es ein bestimmtes Podcast-Format, das wir unbedingt umsetzen sollten? Hier kannst du deine Ideen loswerden. Da haben dann 36 Personen drauf geantwortet. Eine Person hat sich unglaublich Mühe gegeben und hat hier wirklich eine Aufzählung mit sechs verschiedenen Punkten genannt. Die möchte ich zumindest mal kurz anreißen, weil ich das natürlich super finde, wenn jemand gleich so viele Vorschläge dann macht. Also ein Format, in dem ihr über abgefahrene, lustige, seltsame Anekdoten eurer Redakteurskarriere erzählt. Ihr habt immer wieder was angerissen und ich hätte gerne mehr davon. Also das als eigenes Format. Ja, wenn Corona vorbei ist, können wir es gerne mal überlegen, würde ich sagen. Also langweiliger Redakteurs-Insider-Talk. Mehr davon. Das war ja das, was einer kritisiert hatte. Das ist immer so ein bisschen interessant, so wie das so bei den Leuten ankommt. Auch noch von der gleichen Person, ein Musikformat wäre wundervoll. Davor steht noch, wo wir gerade bei Andy sind, ein Musikformat wäre wundervoll, wenn es klappt, sogar angereichert mit O-Tönen oder Gastauftritten der Komponisten. Ja, okay. Wenn man die mal alle an die Strippe kriegt. Ja, und dann ein Format über zu Unrecht übersehene oder vergessene Spiele. Also was hatten wir ja, wie gesagt, schon mal jetzt so ein bisschen gehabt. Das ist das, was ich meinte. Das wird hier noch öfter genannt werden. Also diese vergessenen Spiele-Schätze, die Folge lief ja auch sehr gut. Das werden wir definitiv des Öfteren machen. Nicht ständig, aber immer wieder mal. Ich glaube, das wird eine Serie und ja, machen wir. Und dann kommt eigentlich so mein Herzenswunsch, so wenn ich jetzt auch selber einen Wunsch hätte, nämlich über die Geschichte eines Entwicklers mit Gast, zum Beispiel Julian Eckebrecht, wenn es um Rainbow Arts-Faktor 5 geht. So wie Making Max nur mit Studios statt Magazinen. Also ich schreibe ja auch gerade sehr viele Artikel in der Art eben, wie bestimmte Entwickler ihre Karriere begonnen haben und was da alles passiert ist. Und wenn man eben diese Leute wie einen Peter Molyneux oder Richard Garriott oder ja eben verschiedene Größen aus der Branche in die Leitung bekommt, das ist natürlich fantastisch. Und sowas kann man, wie gesagt, ja am besten dann eben auf so kleineren Entwicklermessen, so wie zum Beispiel auf der Nordic Game Conference. Da hatte ich ja mal den Warren Spector getroffen und habe ihn gefragt so, hey, hast du nicht mal Lust, sich irgendwie mal hier für ein Interview mal eine Stunde hinzusetzen? Und dann hat er sich auch wirklich die komplette Stunde genommen. Also nicht nur zehn Minuten oder 20 Minuten, sondern wir haben fast eine Stunde geredet. Und das war genial. Ja, also ich muss mal gucken, ob ich das Voice Recording noch habe. Aber das, glaube ich, ist so das Format, was der sich so vorstellt. Ja, so würde ich es verstehen. Ja, aber das ist ja das Format, was wir geplant haben. Das ist ja eigentlich schon dieser Industry Indecider, dass du da eigentlich eine berühmte Persönlichkeit aus der Branche, das muss ja auch nicht berühmt sein, aber mit einem gewissen Bekanntheitsgrad oder ein Unternehmen oder einfach eine Konsole, ein Produkt nimmst und das wirklich im Detail vorstellst, wirklich von Anfang bis Ende, auch gerne mit O-Tönen oder gleich direkt mit Gast. Also das ist ja geplant eigentlich für die Zukunft. Ich werde jetzt aber nichts mehr zu Patreon und Sandy sagen, weil es hängt zwar damit zusammen, aber ich sage nichts mehr dazu. Genau, was macht man mit englischen Gästen? Das ist noch die Frage, übersetzt man die oder lässt man die dann einfach auf Englisch reden. Na, die kann man ja auf englischen definieren, dann machst du halt einfach eine Zusammenfassung hinten raus. Das ist ja kein Problem meistens. Genau, und dann gibt es ein paar Sachen, die wir auch schon gemacht haben. Grabt eure größten Fehlwertungen aus und diskutiert darüber. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal einmal gemacht. Nee, nicht wirklich. Nicht über Wertungen, die wir bereut haben. Stimmt, haben wir noch nicht gemacht. Nee, wir haben Wertungen, die polarisieren, wo wir quasi irgendwie strenger wie die anderen waren oder sowas. Aber wir haben zu den Wertungen immer gestanden. Ja gut, okay. Okay, genau. Und dann, ja, hier nochmal so ein Talkrunden mit Leuten aus der Branche. Das ist ja das, was wir schon hatten. Dann sowas wie angespielt, reingeschnuppert, schreibt noch einer, vergleichbar mit 15 Minuten bei The Pod. Ja, aber dann muss ich sagen, da bin ich dann auch immer so ganz knallhart. Ich finde halt nicht, dass es was bringt, weil da gab es noch ein, zwei Sachen, die auch in die Richtung gingen. So zum Beispiel, blätter doch mal ein Heft von vorne bis hinten durch, wie bei Podcast XY. Warum sollen wir das dann auch machen, weißt du? Warum sollen wir ein ähnliches Format machen, was es schon bei woanders gibt? Das ist irgendwie so, ich finde, dann machen wir doch lieber was ganz Originelles, Neues. Also das ist eher so mein Anspruch, muss ich ehrlich sagen, als jetzt irgendwie ein Format, was es schon gibt, nochmal zu wiederholen. Nur mal so eingeschoben. Genau, sehe ich auch so, also dann doch lieber was, was man selber irgendwie auf seine Art produziert. Und ich glaube, der Industrie-Insider ist auf jeden Fall auf Platz eins der Nennungen. Ja. Auch wenn es jetzt viele anders sagen. Und hier schreibt noch einer mehr Auseinandersetzung mit kritischen Themen wie Sucht zum Beispiel, sind Lootboxen, Glücksspiele, die gesetzlich verboten, schräg reguliert werden müssten, Freemium-Modell, Crunch in der Branche. Das finde ich persönlich auch noch sehr, sehr interessant, mal mit Psychologen über Sucht und Gewalt in Spielen sprechen, solche Geschichten. Auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das früher oder später mal diskutieren werden. Mehr über unbekannte Spieleschätze wird hier nochmal genannt. Sag ich doch. Vergessene Spieleschätze könnte man öfter machen. Sag ich doch. Schreibt ein anderer. Werden wir, ist angekommen. News der vergangenen Woche, naja, das ist natürlich etwas schwierig, weil es da so viel immer gibt. Ne, also da muss ich gleich sagen, Absage machen wir nicht. Sind wir, glaube ich, zu unterbesetzt für so ein Soos-Thema. Ne, wollen wir auch nicht. Nein, wollen wir nicht. Was für die News, furchtbar. Geh mal weg mit News. Da bin ich raus. Machen wir nicht. Ein Quiz wird dir noch vorgeschlagen. Ein Quiz? Ja, sowas macht ja Stay Forever ganz gern mal. Ja, aber wie gesagt, es sind so einige Vorschläge, da habe ich das Gefühl, das sind dann Formate halt, sehe ich jetzt auch mal als Kompliment, die vielleicht gerne von uns gehört werden würden, weil man es halt von einem anderen Podcast kennt. Aber es würde mir dann halt irgendwie so die, ja, der originelle Ansatz ein bisschen fehlen. Also da bin ich da schon so ein bisschen so, nö, also wenn, dann machen wir was Neues. Also, aber klar, wir schließen ja nichts aus. Ist ja alles irgendwie gespeichert und man kann das auch jederzeit nachschauen, hier diese Umfrage. Natürlich nicht öffentlich, aber wir können die natürlich immer noch einsehen und haben auch schon diverse Sachen in unsere Themenlisten reinkopiert. Also das kommt alles an, aber man muss schon immer abschätzen, lohnt sich das? Ist das jetzt wirklich umsetzbar und passt das zu uns, passt das so zu unserem Anspruch? Und manche Sachen, wie gesagt, News, da bin ich kategorisch raus. Also, nee. Ich bin ja so froh, keine News mehr auch beruflich machen zu müssen. Das ist einfach so schön, eben keine mehr zu machen. Aber gut, auch ein anderes Thema. Andy, du noch irgendwie was, was du dazu sagen möchtest? Nee, ihr habt eigentlich jetzt schon alles so ziemlich erwähnt. Mir ist das auch mit den Spiele-Schätzen aufgefallen, weil das mehrere erwähnt haben. Genau. Ach, hier, das fand ich auch interessant. Games Inside Phantom Talk. Interview mit Rainer Rossiert. Dafür hau ich definitiv einen Fünfer in die Kasse. Okay. Okay. Weißt du, wie ernst das jetzt gemeint ist? Aber gut. Oh, der Richard Garriott wird hier sogar noch genannt. Für mich eine der größten Visionäre der Branche. Werden wir machen. Ja. Wie gesagt, alles eine Frage der Zeit. Ihr müsst uns natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen wachsen und das wird alles kommen. Also ich bin mir sicher, dass da viele sehr Sachen, die da vorgeschlagen werden, auch früher oder später kommen. Wie es irgendwie schon gesagt hat. Oder auch so Sachen Talk rund mit Personen aus der Spielebranche. Auch da sind schon Sachen in Planung. Was auch noch gewünscht wurde, mehr Entwicklergespräche. Und auch da haben wir jetzt bald was am Start. Also passiert alles. Genau. So, dann sind wir jetzt schon fast durch, ne Andy? Gab es noch einen letzten Punkt? Genau. Der letzte Punkt ist was, wo jeder eigentlich schreiben konnte, was er wollte. Nämlich, falls du uns sonst noch irgendetwas mitteilen möchtest, dann kannst du das gerne hier tun. So, jetzt muss ich gerade mich durch die Textwüsten mir so ein bisschen durchscrollen, weil die Leute haben nämlich hier, glaube ich, mit Abstand am meisten geschrieben. Halbe Romane. Das ist echt irre, was da geschrieben wurde. 35 Antworten, teilweise echt viel. Gut, wir können ja mal mit den kurzen Sachen anfangen. Also, das, was ich gleich so als erstes, was ich wirklich sehr interessant finde, gerade im Vergleich zu unserer geliebten Konkurrenz. Das, was euch von anderen Games-Podcasts unterscheidet, sind eure durchgehenden Erfahrungen in der Branche. Stay Forever sind nicht mehr als Redakteure aktiv, außerdem verfolgen sie wie die Spielveteranen ein anderes Konzept. Ich meine, das haben wir auch, glaube ich, intern schon mal festgestellt. Wir sind so die Einzigen, die momentan erstens diese Podcasts machen, auch über ältere Sachen, geschichtlich Sachen. Aber wir sind trotzdem immer noch aktive Redakteure. Ist so, ja. Ist ja kein Nachteil für uns. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar wirklich, also mir persönlich ist das sehr wichtig. Ja. Ihr habt leider noch nicht das Auswand und Unterstützung, das ihr verdient. Habe immer eine wenig Befürchtung, dass ihr eines Tages die Lust verliert. Bitte durchhalten. Guter Punkt, ja. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir wollen uns von diesem Geldding, ich kann es nur noch mal betonen, es ist auch wichtig, deswegen spreche ich das heute so oft an, wir wollen uns davon auch selbst frei machen. Also uns geht es ja wirklich darum, dass uns das Spaß macht und wir werden uns davon auch immer ein bisschen frei machen müssen. Es geht nicht anders, ja. Wir werden natürlich weiterhin versuchen, hochwertige Bonusinhalte zu produzieren, aber es geht echt darum, dass uns das Spaß macht und dann wird dieses Projekt auch sehr langlebig sein und vielleicht werden wir damit auch alt werden. Zusammen, wir drei. Später in so einer Podcast-WG als Opis, wer weiß. Podcast, nee, in Gottes Willen. Podcast-WG. Wir machen es virtuell, das ist wahrscheinlich besser. Versuchen wir es gerade vorzustellen. Da hat auch mal eine Frau was dagegen. Seinen eigenen Schnittraum und dann trödelt man. Ich möchte gerne einen Kommentar erwähnen, der ein bisschen negativ ist und ich möchte gleich gegen diesen Kommentar sprechen, wenn es erlaubt ist. Na klar, wir sprechen hier ganz offen. Aber sicher. Und zwar sagt hier einer, ich höre euch sehr gerne und finde euer Engagement toll, aber ihr seid halt irgendwie late to the party. In Sachen Retro-Spiele, in Klammern Stay Forever, als auch aktuellem Videospiel-Talk, in Klammern Games Podcast, gibt es halt sehr gute und etablierte Konkurrenten, die euch weit voraus sind. Ich weiß nicht, ob es sich da lohnt, da anzugreifen. Das ist mir zu pessimistisch gedacht. Besonders, weil wir, glaube ich, auch schon genügend Eckpunkte und Daten haben, wo wir eben doch was Einmaliges zu bieten haben. Was ich eben gerade erwähnt habe, dass wir noch aktiv in der Branche tätig sind. Und ich glaube, auch so ein Retro-Podcast, da kann es auch ruhig zwei, drei Leute geben, die sich gegenseitig ein bisschen Konkurrenz machen. Zumal man ja auch einen anderen Ansatz haben kann. Ich verstehe schon dieses Argument. Vielleicht meint er das jetzt auch wieder hier auf irgendwelche Patreon-Geschichten bezogen, dass die halt da weit voraus sind. Ist ja auch klar, die machen das ja auch schon lange. Ne, ich glaube, es geht mehr um das Alter. Also wir sind ja jetzt hier zwei Jahre alt ungefähr. Und... Oh, ne, nicht mal, ey. Noch nicht mal, noch nicht mal. Knapp anderthalb. Stay Forever ist, wann waren wir ja angefangen? 2011? Ich glaube, ja. Ja, zehn Jahre müssen jetzt sein. Ich finde, das ist übrigens so meine persönliche Meinung, die ich ja schon jetzt auch öfters dem Benedikt und Sönke gesagt habe und die jetzt auch mal die Zuhörer hören können. Ich persönlich vergleiche das, was ich hier für diesen Podcast mache und machen möchte, eigentlich gar nicht mit anderen Podcasts. Ich will das so weit wie möglich mal wegschieben. Nicht, weil ich blind mit Scheuklappen durch die Welt gehen möchte, sondern weil ich mir denke, das bringt nichts. Damit macht man sich nur unglücklich und wahnsinnig. Ich habe die und die Ideen. Ich möchte das und das gerne machen. Und so ziehe ich das auch durch. Deshalb mache ich auch das mit dem vom Retro-Tourneo weiter. Und ich bin damit halt auch in dem Job bislang ziemlich gut gefahren, um ehrlich zu sein. Ne, sehe ich auch so. Also wir wollen unser eigenes Ding durchziehen, unsere eigenen Ideen umsetzen. Wir nehmen ja auch immer wieder die Hörer-Anfragen und die Feedbacks auf. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Deswegen machen wir ja auch diese Umfrage. Also wir haben hier viele Themen, die wir auch umsetzen werden, die auch gewünscht werden. Aber wir werden halt jetzt nicht uns irgendwie verstellen oder so. Das ist, glaube ich, nicht so unser Ding. Also wir wollen ja schon authentisch bleiben. Und man kann das ja auch so sehen, dass es sich vielleicht nicht lohnen würde, da irgendwo anzugreifen. Aber was heißt denn auch angreifen? Also meine Erfahrung mit anderen Podcasts ist ja auch bisher sehr kollegial gewesen, dass man sich da eher im Gegenteil auch befruchtet. Richtig, ja. Der Paul Chaos von Game Not Over war schon bei uns. Ich war bei den Spiele-Veteranen. Der Dom Schott von OK Cool war bei uns. Ich war bei ihm. Man befruchtet sich doch gegenseitig. Vielleicht macht man irgendwann auch mal was mit Stay Forever zusammen oder mit einem ganz anderen Podcast. Teaser, teaser. Ich sehe das eher positiv. Je mehr gute Podcasts da draußen gibt, desto besser ist es doch für alle. Weil man sich gegenseitig befruchten kann. Und so ein bisschen auch anspornen kann. Und klar. Andy, lies doch einfach den Kommentar da drunter. Den finde ich nämlich am allerbesten. Den wollte ich nämlich auch als nächstes vorlesen. Danke, Sönke. Danach kommt nämlich einer, das ist so der euphorischste überhaupt. Geiles Ding. Zieht das Format bitte weiter durch, auch wenn es euch an manchen Tagen echt zäh vorkommen mag. Kein Witz. Eure Arbeit macht Menschen glücklich. Ich kann das von meinem Job nicht behaupten. Okay. Der letzte Satz ist so ein bisschen so ein kleiner Downer irgendwie. Jetzt für denjenigen, der das geschrieben hat. Aber egal, wer das jetzt war. Also vielen Dank. Das ist natürlich sehr mutig, um sowas zu lesen. Total. Ja, ja. Okay, ich bleib irgendwie an diesem einen Kommentar hängen. Ich blödel so viel herum. Und Bene, hier ist noch was, was wir ja früher hatten. Das haben wir dann aber rausgestrichen. Ja. Und jetzt will es einer wieder zurück. Was denn? Weist gerne regelmäßig auf aktuelle Artikel von euch hin. Ich würde mir daraufhin durchaus das ein oder andere Heft mehr kaufen. Das machen wir im Conference Call. Genau, aber da es den ja nicht so regelmäßig gibt, fällt dann halt viel unter den Tisch. Ja, aber so oft ist er doch auch noch nicht ausgefallen, oder? Der Conference Call. Der ist noch nie ausgefallen. Ich glaube, einmal nur höchstens. Ja, aber wenn du halt 25 Artikel oder 30 Artikel im Monat schreibst, dann kannst du die natürlich nicht alle erwähnen, ne? Wenn du die einmal im Monat halt nur nennst, dann wirst du dich halt auf ein, zwei konzentrieren. Und das war's dann so ungefähr. Ich sag mal, wer uns im Netz verfolgt, findet uns aber auch. Also man weiß ja, wofür wir arbeiten hier. Für Computech, für die M-Games und so weiter. Und dann findet man uns ja auch. Also ich glaube, da muss man immer nur ein bisschen die Augen offen halten. Das geht schon. Aber wir können natürlich immer wieder darauf hinweisen, wenn es sich gerade anbietet. Aber es gibt auch sehr viele, die kurz und knapp geantwortet haben. Was auch immer wieder gut tut, muss ich sagen. Weiter so. Ihr macht das super. Danke. Macht weiter so. Alles wird gut. Mir gefällt die Audioqualität. Sehr gut. Das ist auch sehr schön, ja. Oder möchte mich für die großartige Arbeit bedanken, die ihr leistet. Macht bitte weiter so. Oder macht weiter so. Was war bei Games und so los? Würde mich mal interessieren. Branchen- und Magazin-Insights sind super. Und so weiter. Ja. Wir können jetzt noch alles vorlesen, aber ich glaube, es reicht. Wir sind hier durch. Und ich würde es mit dem letzten Kommentar hier beschließen. Nö. Habe fertig. Flasche leer. Umfrage erfolgreich mitgemacht. Flasche leer. Sehr schön. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, die Umfrage recht detailliert auseinandergenommen. Ist jetzt wieder viel länger geworden als geplant. Aber ganz ehrlich, war ja klar. War aber auch so spannend. Also ist einfach schön, mal so ein direktes Feedback zu bekommen. Ist ja wie gesagt so, Podcast ist meist eher passiv. Man kriegt da eher selten mal so ganz konkretes Feedback. Und diese Umfrage fand ich hochinteressant. Und die werden wir auf jeden Fall irgendwann wiederholen. Und dann werden vielleicht auch von den tausend Kernhörern, die jetzt bis dahin vielleicht auch nochmal gewachsen sind, vielleicht noch ein paar mehr mitmachen. Und dann können wir noch ein paar Punkte bearbeiten, die wir diesmal vergessen haben. Und dann noch weiter dran feilen, dass der Podcast einfach noch mehr den Hörergeschmack trifft. Und ja. Wollt ihr noch was loswerden, Sönke Andy? Nee. Nicht so sein. Nee. Nee, also da wurde schon sehr viel gesagt. Passt eigentlich eine sehr umfangreiche Hörer-Umfragen-Auswertung, würde ich sagen. Genau. Und falls ihr Lust habt noch irgendwie was loszuwerden oder Gedanken zu dieser Umfrage habt oder irgendwelche Wünsche, meldet euch einfach bei uns. Wie gesagt, bei uns ist der Discord-Server eigentlich so die beste Anlaufadresse. Ist in den Shownotes auch immer drin. Einfach draufklicken, beitreten. Ansonsten könnt ihr uns über Facebook, über Twitter, über Instagram und so weiter erreichen. Alles steht auf www.spielejournalist.de Und dann möchte ich noch kurz auf eine weitere Zwischenfolge hinweisen. Wir wollten das eigentlich hier alles in eine Folge packen. Und dann haben wir gemerkt, diese Umfrage ist dann doch so episch, dass wir das trennen werden. Es wird noch eine Zwischenfolge zum Stand der Dinge bei Games Insider geben. Und da werden wir mal ausführlich darüber informieren, was hier so aktuell noch hinter den Kulissen passiert. Da passiert nämlich noch Diverses, kann ich nur sagen. Und auch noch so ein bisschen Einblicke geben, wie sich so die Hörer- und Unterstützerzahlen entwickeln. Und einfach nochmal so ein bisschen ein Update Stand der Dinge bei Games Insider. Jo, und ansonsten hören wir uns dann bald wieder in den regulären Folgen oder drüben bei Patreon und Steady. Sönke, Andy, macht's gut. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.